Hallihallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf dem Plakos.de YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um die Zinsrechnung und wir haben hier auf der Plakos Webseite, auf dem Plakos Base sozusagen eine ganz grobe, übersichtliche Seite, wo ihr euch um das Thema Zinsrechnung nochmal bewusst werden könnt, für den späteren Einstellungstest und so weiter und so fort. Natürlich beginnt der Head, also der Kopf sozusagen von der Seite, beginnt mit einem Test, den könnt ihr gerne ausprobieren, es sind 10 Fragen glaube ich, dürften um die 10 Fragen sein, ich habe mich da auch noch nicht reingelesen, das machen wir jetzt gleich noch. Ganz kurz noch im Voraus, ihr könnt natürlich selber auf die Seite gehen, die Seite heißt einfach zinsrechnung.plakos.de, das ist der Link dazu, der Link ist natürlich auch unten in der ersten Zeile in der Videobeschreibung, klickt da gerne mal drauf und schaut euch das an, es ist alles kostenlos, ihr könnt natürlich euch auch weiterbilden auf Plakos und für ein gewisses Geld, für einen kleinen schmalen Taler, könnt ihr auch weitere Aufgaben dazu in Anführungsstrichen buchen oder dazu kaufen, wo ihr euch, wenn ihr euch der Sache bewusst seid, dass ihr das wirklich braucht und ihr dann auch Nachhilfe braucht, da könnt ihr natürlich gerne reinschauen und schauen, ob ihr da eventuell noch Alternativen habt, um mehr Wissen zu generieren auf der Plakos Seite. So, wir schauen hier jetzt aber mal trotzdem kurz durch, wie gesagt, alles komplett kostenlos, ihr habt hier eine kleine Erklärung zum Thema Zinsrechnung und natürlich hier auch nochmal die Grundlagen zum Thema Zinsrechnung. Es gibt nämlich proportionale Steigerung und eine überproportionale Steigerung und so weiter und so fort. Das hat damit zu tun, dass es eine einfache Zinsrechnung gibt, eine ohne Zinseszins, bedeutet ihr bekommt immer 5% oder 3% oder 4% auf einen festen Betrag und das ist ein fixer Wert und der Wert wird immer in der Periode sozusagen dazu gebucht. So, ihr habt aber auch Zinseszins, das bedeutet, wenn ihr mit 50 Euro startet und bekommt ein Prozent, dann habt ihr den Prozent Zinsen. So, und dann rechnet ihr sozusagen in dem nächsten Monat oder in dem nächsten Jahr, kommt drauf an, wann eure Fristen sind für die Zinsen, rechnet ihr die 50 plus die in 1%, den ihr schon durch die Zinsen bekommen habt und da drauf bekommt ihr wiederum Zinsen und das nennt sich dann Zinseszins, also ihr bekommt Zinsen auf die Zinsen und muss man sich auf jeden Fall mal ein klitzeklein wenig einlesen, aber das ist hier sehr, sehr gut beschrieben. Ihr habt hier unten auch nochmal ein Beispiel, wie ihr es rechnen müsst und ihr bekommt hier nochmal mehrere Themen vorgeschlagen, zum Beispiel das Thema Prozentrechnung, ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Bereich. Ihr habt das Thema Mathetest, auch wichtig und Zinsrechner online mit Zinseszinsberechnung, auch ganz, ganz spannend, sehr, sehr wichtig, kann man gerne auch zur Hilfe von diesen Aufgaben aufmachen, aber ihr müsst es natürlich trotzdem verstehen. So, wir haben hier unten eine Aufgabe oder oben eine Aufgabe, ein Kapital von 3000 Euro wird mit 4,8% angelegt. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, nach einem Jahr und acht Monaten wird das Kapital ausgezahlt. Wie hoch ist das, ist die Auszahlungssumme? So, das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ihr da steht, dass sie monatlich gutgeschrieben wird, bedeutet das, man rechnet rein theoretisch dann weiter mit Zinseszins. So, und ihr habt sozusagen 4,8% auf die 3000 und bekommt diese 4,8% auf 12 Monate, auf 20 Monate verteilt. Das bedeutet, ihr müsst rein theoretisch, wenn ihr es nicht wisstet, hier unten nochmal nachschauen, wie das ausschaut mit dem Zinseszins, habt ihr dann hier nochmal das erklärt. P, die Anzahl der Jahre, haben wir jetzt Anzahl der Monate, aber in Summe könnt ihr das ganz gut auch mit den Rechnungen unten dann erklären. Ich versuche mich jetzt gar nicht groß reinzurechnen. Ich überlege mir jetzt einfach mal ganz kurz, wir können mal ganz kurz in den Rechner reingehen und schauen einfach mal ganz kurz, wie 4,8% sind. 3000 mal 0,048. Das bedeutet, ihr bekommt 144 Euro pro Monat dazu, was heutzutage nicht mehr ganz realistisch ist. Rechnet man das dann mal 20, habt ihr einen sehr, sehr groben Überblick, in welche Richtung sozusagen euer Ergebnis gehen müsste. Und hier könnt ihr dann weiterschauen und überlegen, wie ihr das am besten anstellt. Ich würde mal sagen, ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, euch das gut zu überlegen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es theoretisch auch das sein könnte. Und das war sogar richtig. Es ist sehr, sehr spannend. Ich finde, solche Aufgaben sind ein Stück weit logisches Denken, aber sind ein Stück weit auch so gespürt dazu, in welche Richtung die Aufgabe sich entwickeln könnte. So. Hier haben wir eine neue Aufgabe. Ihr bekommt viele Aufgaben, Leute. Ihr bekommt wirklich viele Aufgaben. Ich glaube, in Summe dürften das wirklich 10 Aufgaben sein, die ihr habt, wo ihr das Thema Zins und Zinseszins nochmal berücksichtigen könntet. Natürlich geht es nicht nur um die klassischen Aufgaben, wie viel Euro das sind, sondern auch nochmal die Frage, wie viel Prozent das sind und so weiter und so fort. Also Prozentrechnung spielt ja auch eine große Rolle und ihr habt am Ende ein Testergebnis und kommt auf 25%. Sehr, sehr schlecht. Aber wir haben einfach nur durchgeklickt. Und ja, so ist das alles aufgebaut. Hier hat einer sein Liebesgeständnis gemacht. Platz 1. Ist auf jeden Fall süß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich aber die Frage, ob Marie tatsächlich so weit gekommen ist, um den Zinsrechnungstest abzuschließen. Ist eine gute Frage, aber nicht so schlimm. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, wenn ihr mehr zum Thema Zinsrechnung wissen wollt. Mehr zum Thema Mathematik, Bewerbungstraining, mehr zum Thema Bewerbungstest, Einstellungstest und so weiter. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns beim nächsten Video wieder. Mein Name ist Tom. Bis zum nächsten Mal und tschüss.